Another Brick in Einzelschritten. Zuerst das Muster, das Rock Klitsch auf dem 10 Bund. Barret Zeigefinger. Die rechte Hand läuft durch. Dann den zweiten Teil, normalen Ganztonzieher im 13 Bund. Und dann setzen wir noch einen drauf. Und gehen wieder zurück. Das heißt, ziehe. Noch einen drauf. Und Release. Das heißt, ausgespielt werden C und E. Also nochmal einen Ganzton drauf.